So, wir sind hier auf der Gamescom in Köln, der größten europäischen Spielemesse und wir schauen uns hier einfach mal um. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind gerade in Halle 6, glaube ich. Ja, hier rechts von mir ist Ubisoft, links von mir ist 2K Gaming und wir schauen uns jetzt mal um, was es hier gibt. Wir stehen hier gerade vor dem Stand von Cyberpunk 2077. Der Trailer ist auf der E3 geleakt worden und mit Keanu Reeves ist wahrscheinlich eins der am meisten gehypten Spiele dieses ganzen Jahres und vielleicht schauen wir gleich mal rein. Wir sind gerade in Halle 6, glaube ich. Wir sind hier gerade in der Retro Area. Hier kann man Videospielgeschichte sehen sozusagen. Hier ist zum Beispiel die Sega Genesis ausgestellt. Die müsste seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr hergestellt werden. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Und ja, ich werde mir hier auch mal ein paar Spiele anspielen. Anspiel. Wir sind immer noch in der Retro Ecke. Wir probieren jetzt mal da hinten Street Fighter zu spielen. Ich persönlich glaube, das wird nichts, aber man kann es ja mal probieren. Wir haben gerade eine Runde gespielt. Ich habe, sagen wir, vernichten verloren. Na ja, geht. Auf jeden Fall ist es schon irgendwie geil auf den alten Automaten mal zu spielen. Musik Musik Crasut lie here Wikin through the window How should I feel? Creatures lie here Lookin' through the window How should I feel? Creatures lie here Lookin' through the window So, das war's von uns von der Gamescom. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Eindruck bekommen, wie das Ganze hier ist, was hier für Games gespielt werden. Und ja, bis dann.